Okay, dann begrüsse ich ganz herzlich all die lieben Freunde, die hier den Weg ins Berner-Landdorf gefunden haben. Ich freue mich sehr, vor euch hier sprechen zu dürfen, wenn auch auf Hochdeutsch, ich würde es lieber machen, wenn man der Schnabel gewachsen ist. Aber unsere lieben Freunde aus der Westschweiz und aus den Ticino sollen es schliesslich auch verstehen, so hoffe ich wenigstens. Und wie ihr seht, ich habe kein Manuskript, das mache ich nie, ich kann das nämlich nicht lesen, darum trage ich auch die Sonnenbrille. Das ist nicht zum Irritationen hervorrufen, sondern schlicht und einfach, weil meine Augen aufgrund einer vererbten Krankheit extrem lichtempfindlich sind. Und unter diesem Aspekt möchte ich hier kurz darauf eingehen, was es dann mit den Gesundheitsvorschriften auf sich hätte, wenn man jetzt wirklich mal an Menschen mit Vorerkrankungen denkt, Menschen mit Behinderungen, was würde passieren, würden solche Vorschriften je in Kraft gesetzt werden. Wie heisst es doch so schön in der Präambel der Schweizer Bundesverfassung, und die Stärke des Volkes misst sich am Wohle der Schwachen. Und genau diese schwachen Menschen, diese gesundheitlich schwachen, angeschlagenen Menschen, die gilt es zu schützen. Und wie man das unter diesen Umständen machen wollte, eben sollten die IGV je in Kraft treten, ist mir absolut schleierhaft. Man würde Menschen dazu zwingen, Behandlungen über sich ergehen lassen zu müssen, ohne zu wissen, wie das sich auf Vorerkrankungen oder Behinderungen oder wie auch immer auswirkt, wie das sich auf Medikamente auswirkt, die teilweise lebenswichtig sind. Und viele Menschen würden in Gefahr gebracht. Diese schwachen Menschen aber werden hier wieder einmal, ich sage es nicht zum ersten Mal, vergessen. Wir sind auch in unserer Gesellschaft leider weit von einer Integration, beziehungsweise neumodisch Inklusion entfernt. Menschen mit Behinderungen, chronischen Krankheiten werden grundsätzlich ausgeschlossen. Also nicht nur wegen dieser Pandemie-Maßnahmen, die ja alle so maßlos übertrieben waren, wie wir nun inzwischen zur Genüge wissen. Ich habe aus diesem Grunde auch die Konsequenz gezogen. Ich habe übrigens die SP nicht verlassen, ich wurde rausgeschmissen. Ich habe lange geglaubt, dass wir uns finden können, dass eine Diskussion möglich wäre, dass wir uns zusammenraufen könnten. Das ist wahr und ist unmöglich. Und natürlich ein ganz, ganz bitteres Erlebnis, wie sich Menschen hier nicht mehr finden können, sondern gegeneinander aufgehetzt wurden und sich auch aufhetzen ließen. Also ich soll das Mikrofon näher nehmen, mache ich gerne. Um zurückzukommen auf mein prinzipielles Anliegen, das ich angesprochen habe, diese internationalen Gesundheitsvorschriften, die sind wirklich des Teufels, wenn man an Menschen denkt, die eh schon gesundheitlich geschwächt sind und jetzt noch einmal den schwarzen Peter ziehen würden. Und um diese Menschen wirkungsvoll zu schützen, gibt es nur eines, ein Austritt aus der WHO. Und damit habe ich beschlossen, um Danke allen fürs Kommen. Danke. 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 Vielen Dank.